Hallo und guten Tag, ich melde mich doch nochmal vor Weihnachten, nicht mit einem Test, aber mit einer Kaufempfehlung. Ich habe mal schnell was zu viel Licht. So geht's. Und zwar geht's um dieses Nivea Man Wake Up Sofort Effekt Gel. Die Versprechen bekämpft Zeichen von Müdigkeit, gleicht den Hautton aus, verbessert das Hautbild, erfrischt die Haut sofort, verleiht ein gesundes Aussehen. Und was soll ich sagen? Kostet um die 10 Euro rum und das macht es sogar. Also ein Produkt, was wirklich hält, was es verspricht. Und ich habe gedacht, das wäre ja auch mal ein schickes Geschenk, was sich jeder leisten kann. 9,98 hat das gekostet. Kommt in so einer schönen Dosierflasche. Einfach klack, da ist es draußen. Und halt für die Reise super geeignet. Sieht von nahm, sieht man, sind so kleine Luftbläschen oder Perlchen. Soll ja, Vitamine sollen da viel drin sein. Und ich probiere jetzt den vierten Tag und bin eigentlich total begeistert. Also Wunder wirkt es keine, dass die Falten verschwinden. Das macht es natürlich nicht. Aber es verleiht wirklich ein tolles Aussehen. Sofort, man ist, ja, man fühlt sich selber besser, wenn man in den Spiegel guckt, weil es so schön erfrischt. Und was halt für Männer ja auch wichtig ist, die meisten cremen sich nicht an, weil sie das Creme-Gefühl nicht haben können. Und das ist ein Gel, ich zeige es mal hier, zack. So, das bisschen hier reicht fürs ganze Gesicht. Ich beweise. Also lässt sich auch ganz toll einfach. Und ich mache es sogar hier an die Augen. Brennt nett, zieht sofort ein. Also das ist so ein Gel-Gefühl auf der Haut, aber das verschwindet nach 30 Sekunden. Ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Und wie gesagt, jetzt vor Weihnachten natürlich auch ein tolles Geschenk für den Herrn. Kann man noch schön dazu packen. Und ich denke, das ist wirklich für jeden was. Das beißt nicht, das zwickt nicht, das ist nur angenehm auf der Haut. Und ja, das war es auch schon wieder. Und da wünsche ich ein frohes Fest. Jetzt sehen wir uns erst wieder nächstes Jahr mit einem neuen Creme-Test. Ich habe schon wieder einiges rausgefunden, was die Hersteller so alles versprechen. Falten weg in 14 Tagen. Im Grunde genommen wissen wir, dass das ja gar nicht möglich ist. Aber wir testen einfach weiter. Also bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kriege schon Sprachschwierigkeiten. Ja, nochmal ganz liebe Grüße an meine neuen Abonnenten. Vielen Dank fürs Abo. Und ja, bis nächstes Jahr. Feiert schön. Einen guten Rutsch. Bis bald. Euer Bernd Manfred Brück. Tschüss. Tschüss.